Seit dem Anschlag ist ja mittlerweile auch schon viel Zeit vergangen. Warum müssen wir die Lücke jetzt 2.0 immer noch spielen? Was heißt immer noch? Man sollte es weiterspielen. Immer wieder. Ja, wir haben die Lücke gespielt. Nach der Lücke, Hanau, Halle, der Lübcke-Mord. Ja, am 20.10. gab es wieder einen Brandanstag in Solingen. Und die Tat wird als jugendliche Dummheit vom Staatsanwalt erklärt. Und obwohl es eine Maske gefunden wird, wo es ein Hakenkreuz drückt mit Nazi-Symbolen, wird der Rechtsradikalismus erstmal wieder ausgeschlossen. Eine Lücke, von der wir denken, das sind die anderen, die daran schuld sind. Und wer sind dann die, die diese Lücke füllen mit Verbrechen? Ich bin die Straße hochgegangen, aber mit meinem Herzen wie im Krieg. Man konnte sie richtig fühlen. Die ganze Angst. 2014 fand hier auf der Kolbstraße das erste große Festival statt mit dem Slogan Billigden. Dann 2015 mit zusammenstehen und 2016 zusammenleben. Fantastisch. War alles superschön. Wir haben uns amusiert. War gut. Aber hat sich was verändert? Sehr gut. Die Frage ist, worum sollten wir die Lücke 2.0 nicht spielen? Ja. 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 Ja.